10 Jahre, aber was kommt denn jetzt an dieser Stelle hier hochsehen zu dürfen, bei der Verleihung der 10W-Golden-Funk, sage ich jetzt einfach mal so. Darf ich Sie wünschen? Ja, wie wir uns fühlen, also wir fühlen uns sehr aufgeregt, auch mit dem ganzen Team. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, das auf die Beine zu stellen in ja 9 Monaten eigentlich. Wir waren letztes Beigang mit dabei und können, also wir fiebern eigentlich auch mit, aber das ist glaube ich auch ganz groß, auch wenn man halt immer mit dabei ist. Ja, das ist erst 10 Jahre, wuhu! Man fühle sich wie jedes Jahr, ich bin jetzt der besten Freund, der will ich hier haben. Ja, Applaus!